Hey Neron, gib mir mal nen Piep! Herzlich Willkommen zu FunTalk 3! Viel Spaß, viel Spaß, allerlei! Mit Gameplay Crysis 3! Yo, was ist denn? Wir sind schon wieder gleich zum Anfang! Ja, gut, diesmal, wie gesagt, ein Gameplay zu Crysis 3 und zwar spiele ich mit der Felin X3 und mit den Modulen Und hier ist der Nei, ganz zum Rande Oh Nei, jetzt hast du alles verkackt hier, ey Natürlich mit den Modulen Tarnprofil, Wiederbeschaffer und Nei Ich kenne das Spiel doch gar nicht, ich kenne das Spiel nicht so gut, sag du es Ich habe es gerade echt vergessen, was waren das dann? Tarnprofil, Wiederbeschaffer und mit was spiele ich noch immer? Ach genau, Beweglichkeit Ja, wir sind immer wieder gut vorbereitet, wie immer Und hier hast du gleich den ersten Kill geholt Ja, einer muss ja den Anfang machen, einer muss ja der Erste sein Und diesmal ist es nicht ein Gameplay vom guten Nei, sondern mal von mir, von Neon Und zwar, wie kommen wir zu Crysis 3? Ich denke mal, ich kann das mal erzählen, oder? Ja, ja Ich hatte mal, also ich habe auf meinem Hauptchannel, Neon X Near, habe ich eine Platin-Serie gemacht von Crysis 3 und das habe ich vor einem Jahr beendet ungefähr Und ich hatte einfach mal wieder richtig Bock drauf Und da habe ich auch gerade mal hier meinen guten Kollegen von damals, den Flow Kpex, mit dem ich auch hier zusammen spiele Also, falls du das siehst, Flow, herzliche Grüße, auch von Nei bestimmt, oder? Ja, natürlich Und, äh Meine Freunde sind deine Freunde und auch umgekehrt Me friends, two friends Ne, und, äh, ja, ich habe ihn halt gefragt, ob er mal Bock hätte, wieder mal mit mir ein bisschen zu zocken Ja, natürlich, äh, gleich gesagt, so von wegen, ja, cool Und da dachte ich mir, komm, machst du es halt einfach mal und zum Reinkommen, warum nicht, ne? Ja, und es scheint, als würdest du hier am Anfang mehr so auf den, äh, auf den, äh, Stealth-Modus setzen Also, schleichst ja schon mehr oder weniger durch die Gänge Das war der erste große Fail des Games Aber den hole ich gut hier Ja, das war souverän Den hole ich gut Das war souverän, klar Ja, und dann hier auf den Tarn-Modus gesprungen, Gott sei Dank hat der mich nicht gesehen Ich denke aber, richtig, wenn richtig erfahrene Spieler, die sehen einen Und da habe ich einfach gerade mal irgendwie sauglück gehabt, dass er mich nicht gesehen hat Naja, vielleicht war es auch einfach nur, äh, zurückzuführen auf deine alten Veteranenkünste in Crysis 3 Wie gesagt, ich habe ein Jahr lang nicht mehr gespielt, ich musste ja auch erstmal wieder reinkommen Obwohl die Karte eigentlich nicht so schlecht ist am Ende Ja, gut, ich muss sagen, ich habe Crysis 3 eigentlich noch nie gespielt Also, ich habe Crysis 2 wirklich mal zeitweise gespielt Aber irgendwie waren mir die Trophäen dann doch ein bisschen zu krass Das habe ich dann lieber dir überlassen Und, ja, insofern bin ich in der Serie gar nicht so bewandert Aber insofern, äh, was ist denn da vielleicht essentiell im Multiplayer-Modus? Worauf muss man denn achten, dass man nicht so ganz arg unterbuttert wird? Ja gut, da gibt es halt die und die, ne? Manche sagen, äh, einfach so, einfach Truff und dann halt viel mit Bewegung, viel Springen und so ein Krams Aber ich tue eher, also ich persönlich habe eher so den Spielstil, dass ich eher versuche immer zu flankieren Also von hinten die Gegner wegzuholen Ach, so wie hier zum Beispiel, das war wieder ein gutes Beispiel Und da Wie lange rennst du dem denn hinterher? Ja, ich war halt, da war ich mir halt nicht so ganz sicher, wann ich schießen soll, weil ich wollte es heute nicht verkacken Guck mal, jetzt machst du dem auch noch Hoffnung Und da dachte ich auch, das war so ein Moment, ich boxe den Sohn und auf einmal Kein Signal Habe ich den geholt Ich wusste echt nicht, im Spiel, ja im Spiel wusste ich nicht Hä, war das jetzt ein Leck? Habe ich denn irgendwie doch getroffen oder so? Aber ne, was ich jetzt wahrscheinlich denke, was passiert ist Der ist wahrscheinlich von irgendwo von weit oben runtergefallen Und ist dann einfach dadurch durch den Aufbau quasi gestorben Ja, das ist ja echt Aber das war mir ingame gar nicht so bewusst irgendwie Das kam erst irgendwie Ja, das ist manchmal wirklich so, man reißt irgendwas Und dann rafft man eigentlich gar nicht, was passiert ist Und dann ist es immer gut, wenn man nochmal hier so eine Aufnahme irgendwie hat Wo man sich hinterher das nochmal angucken kann Und ganz kurz, nein, Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche Aber das ist jetzt echt eine Seltenheit Ich nehme eigentlich nie dieses, äh Dieses schwere MG nehme ich eigentlich so gut wie nie Weil ich das einfach niveaulos finde Genauso wie Eigenwaffen Aber ich hatte einfach keine Lust gehabt mit der Sekundärwaffe als rumzulatschen Und deswegen habe ich den mal hier Der hätte mich fast noch gekriegt Jetzt voll auf den Sack Der hätte mich fast noch gekillt Obwohl ich eigentlich eine viel, ich sag mal stärkere Waffe hatte wie er Obwohl die K-Wall ist auch schon ziemlich OP, denke ich mal Naja, aber ich sag mal, ähm Was bringt eine starke Waffe, wenn man nicht trifft Ja, eben Und jetzt hier, das war einfach unfair Der kam jetzt entgegen, so La 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 Und ich einfach so von wegen so No way out, baby Wird drauf gehalten Ist sicher den Weg Ja Und was hast du da jetzt gemacht? Und da habe ich erst mal gewartet, bis ich meine Energie wieder aufladen konnte Aber irgendwie wollte ich auch nicht Und da habe ich einfach auch Glück gehabt, dass der das nicht gepallt hat Dass ich quasi Um die Ecke kam Und der hat es wahrscheinlich auch überhaupt nicht damit gerechnet Ja, war da eigentlich Nahkampf keine Option oder? Der war zu weit weg, glaube ich Ja, wie gesagt, ich bin da ja Nicht so ganz verwandert Jetzt bei Call of Duty zum Beispiel Da hätte man sich schön wahrscheinlich rangezogen mit dem Messer Ne, ne, das ist, ähm Du musst, glaube ich, hier dreimal schlagen oder sowas Wenn der Gegner Panzer anhat, um den umzuhauen Achso, ja, okay Das heißt, man bricht dann quasi erst so das Schild und dann, äh Genau Zweimal um das Schild, äh, ne Einmal um das Schild zu brechen Und zweimal halt Ja Quasi, wenn du nochmal schlägst Das zweite Mal ist das quasi so sein letzter Wille, sag ich mal Dass der noch so eine Power übrig hat und sowas Und dann halt nochmal einmal, um den quasi dann voll auszunocken Da lenn, laufe ich den Lenn, da lenn Ich bin, ich bin Asiate, he Da lenn ich den hinterher Da wollte ich zum Beispiel so einen Tarnkill machen Aber das hat irgendwie auch nicht funktioniert Da hast du jetzt auch gerade zählen können Das waren drei Schläge Ja, das waren auch gerade drei Schläge gewesen Und, ähm Hier oben verstecken sich halt auch gerne irgendwie, äh, Sniper Und das ist halt auch so eine, äh, die snipen die Leute auch gerne Und ich hab das echt nicht gepeilt Im Radar Dass du quasi drauf gewartet bist Da einfach so eine Sniperlinse rauskriegst Nein, ich hab auf dem Radar gesehen, dass da ein Gegner war Aber dabei war der das Der war unten Aber ich hab halt da oben geguckt Ich hab das, ich hab das echt nicht, ich hab das echt nicht gerallt in dem Moment Naja, es sollte dir ja nicht zu Schuld gekommen sein Du hast ja doch noch geholt Ja Ja, du bist ja jetzt auch ganz schön lange noch nicht gestorben, oder? War das eine gute Runde? Das war eine sehr gute Runde, ja Ich glaub, ich hab zum, zum, äh, zu Gegenende hab ich, glaub ich sogar, in, wie viel war das, äh 23-2 oder so, mein ich fertig gehabt, oder so Mit vier, äh, Assists Oh, hier Der Luftsprung, da hab ich das ein bisschen verkackt, aber ich hab noch einen Assist abgestorben Und, ja Ja, und hier, der, der, äh, Kollege, der da also, äh, wie, äh, Speedy Goldzales vor dir herschießt Das ist quasi dein Kollege, mit dem du da Der Flow, genau Jetzt ist er in die andere Richtung Mit dem hab ich schon mal Da, mein erster Tod quasi Und das war einfach Das war gut, da hast du Da war er einfach, da war er einfach gut Er kam Er hat mich wahrscheinlich vorher gesehen, oder Das war auf jeden Fall Und jetzt musst du ganz kurz gucken Jetzt sterbe ich nämlich nochmal Aber wie? Pass auf Jetzt renne ich hierhin Denk mir so, ah komm Gehst mal wieder durch die Mitte Sind bestimmt viele Leute Und dann Hockt da einer Da Das hab ich dann im Moment gesehen Aber ich hab das Ja, stimmt Wenn man ganz genau hingesehen hat Hat man gemerkt, dass da diese Silhouette ist Ich hab den echt nett gesehen Ich weiß nicht, woran das Ich hab den einfach nett gesehen Ich bin einfach da stur drauf So, sag mir Oh, jetzt gehst du erstmal hier lang Und guckst mal so ein bisschen dann hier rum Ne, ich hab den echt nett gesehen Ach du Scheiße Ja, ich glaub, der arbeitet Teilzeit als Türstopper oder sowas Ja, das Das halt auch wieder so ein bisschen Wo mir auch ein bisschen so die wieder Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Die Erfahrung fehlt Aber, ähm, ja Mittlerweile spiel ich's eigentlich wieder regelrecht gerne Und Ja, ich glaub, Crysis ist auch so ein Spiel Es ist so Anfangs sehr abschreckend, glaub ich Für Neulinge Weil man nicht so schnell reinkommt, glaub ich Also Bei Crysis muss man schon geübt sein Um irgendwie auch ein bisschen mitreden zu können, oder? Also so hatte ich jedenfalls immer das Gefühl Vielleicht war ich auch einfach nur schlecht, aber Es ist, es ist am Anfang einfach nur Um sich vorstellen Man kommt in ein Kriegsgebiet Und auf einmal sind alle weg Obwohl sie eigentlich nicht weg sind Aber sie sind halt unsichtbar Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt Und man selbst läuft da rum Und Ja Ja, genau Aber irgendwann Du hast, glaub ich, schon mal gesagt Wenn man sich drauf konzentriert Dann sieht man auch irgendwann die Leute Die sich quasi Man sieht halt so ein Umriss Genau Genau Wie als würde man Weiß ich, wenn das so ganz heiß ist Auf der Straße Dann steigen da ja manchmal so Dampfschwarze Ja, nicht so Nicht so extrem Aber man sieht halt so Man sieht halt immer so einen roten Umriss quasi Bei Crysis 2 war es noch mal anders Da gab's ja immer Ja, war's halt immer anders Da war's halt Entweder warst du mal braun Oder Und ähm Oder warst du mal blau So, jetzt hast du hier quasi auch ein Selbstkampfschiff abgeschafft Genau Noch nicht, noch nicht Das kommt jetzt erst gleich noch Ja, okay Ich hab jetzt mal den maximal, äh, anzulönern Das sind halt schon Sagen, du gehst da ja ab wie Schmitz-Katze Ja, da bist du quasi Für kurzzeit quasi unbesiegbar Quasi, quasi Und, ja Ja, das bist du doch auch so Jetzt hab ich halt das Selbstkampfschiff Und das war auch Ich hab den Typ da aus dem Augenblick gesehen Geh noch mal zurück Und flankier, flankier den quasi dann von hinten Ja, taktisch sehr gut, ja, also Ja Da, das war, so mach ich das halt immer Ich flankierte halt gerne von hinten, also Wenn die von hinten Ja, wenn die, wenn die von hinten mal abgeschossen wäre Das könnte nicht sein, dass ich das eventuell war Und da verkack ich wahrscheinlich jetzt voll den Orbital-Schlag Also Frauen nehmt euch in Acht Prepare your Anus Gibt's da so'n Meme, gell? Ja Mit so'n Monster irgendwie Oder ist das von, äh, Star Wars oder irgendwie so Keine Ahnung, ist auf jeden Fall sauwitzig Prepare your Anus Tja Tja Und jetzt kommt auch gleich ne coole Szene Und Freunde, muss ich auch Ja, siehst du schon wieder so hinter dir Pass auf, jetzt lauf ich da hin Werd von hinten abgeschlossen Versteckt mich erstmal kurz Und jetzt müsst ihr darauf achten Der Gegner So Ich hab den voll auf dem Schirm Und dann kommt mein Kollege einfach von hinten Und holt den von hinten einfach weg So nach dem Motto Ey, ganz ehrlich Zeigt auch ihren Scheiß woanders aus Ich hab keine Zeit dafür Genau Ihr müsst euch vorstellen Ihr habt hier jemand auf dem Schirm Ihr ballert auf den drauf Habt ihn einfach auf dem Schirm Schleicht euch wieder Ja, ist er weg Schleicht euch wieder raus Ich hab dich genau irgendwie ist hier Und da, das war schon die nächste geile Szene Hier, der Typ wollte dich anscheinend so richtig frech mit der Panzerfaust holen Und schießt einfach voll an dir vorbei Weil du im richtigen Moment hochsprichst Der hat sich bestimmt auch so gedacht Oh, was? Das hiemen ja die Gesenze der Physik aus Warum? Da wollte ich ein Handy verpassen Aber das war irgendwie auch nicht so wie geplant Deine Waffe anscheinend auch ein bisschen zu wenig Durchschlagskraft Das kann sein Durch den Panzer und so Ja, gut Das Ende dann jetzt hier auch Ja, 3, 2, 1 Okay, das war's Zeit ist um Ja, Zeit ist um Jetzt seht ihr nochmal die Bisschen die Stats MVP Bin zufälligerweise auch mal ich geworden Nach einem Jahr Und der Flow natürlich dich gefolgt von mir Und Ja, da seht ihr mal wieder mit wem ihr es hier zu tun habt Nämlich mit Niron und Nye Und wir sehen uns dann beim nächsten Gameplay Vielleicht wieder von Crysis 3 Oder Fun Talk Dann von COD wieder Ja, mal gucken Was wir so alles auf Butter kriegen Und Ja, dann macht's gut Euer Niron und Nye Rangauen 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 Rangauen